hast. Und wenn ich es dann mal gelesen habe, kann ich es ja gar nicht beurteilen, ob es unpassend war. Du kannst ruhig deine Frage stellen. Vielleicht meint er die mit dem FA bei Steam, weiß ich gar nicht. Nee, das war der David. Jetzt der Dark of Soul. Achso, ja, jetzt schon gut. Ja, ich habe mich verkauft. Nee, nee, du kannst ruhig deine Frage stellen, um Gottes Willen. Nur keine Hemmungen. Nur keine Hemmungen. Ich kann nicht meine Grase fahren. Ich muss sie abschwimmen lassen. Ach du Scheiße. Mach es doch anders. Lass dein LKW stehen und nimm dir einen anderen. Oder fahr mit Fahrrad. Nee. Also ich bin mir da. Hab ich die gelöscht. Ach, papplapap. Ich stelle doch deine Frage, ob es unpassend ist, dass ich nicht zu beurteilen. Von daher. So schlimm kann es ja gar nicht gewesen sein. Amira, Reis. Das ist gut. So schlimm kann es doch gar nicht sein. Und wieder Wurz. Ja, das ist ja kacke, dass das mit dem Trailer nicht geht, weißt du. Allen Scheiß geht. Ja, nur sowas. Nicht. Ja, um 16 Uhr musst du Licht anmachen. Ja, so wirst du gekickt. Aber die Trailer-Stabilität. Äh. Äh. Was soll das für ein Trailer funktionieren? Nicht. Ja, die Stabilität vom Trailer. Mein Quiersfurt. Mein Quiersfurt. Was soll ich tun? Ach, grüß dich. Flusim. Da bist du ja. Hallo? Hi. Hi, grüß dich. Hi, gute. Grüße dir. Hör mich doch. Ja. Äh, du wolltest ja mal mitfahren. Genau. Wo fahrt ihr denn heute hin? Äh, keine Ahnung. Im Moment stehen wir hier in Genf rum. Da hört sich an wie Senf. In Genf. Okay. Ja, ich muss erst mal mein, 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 mein ETS starten. Ja, mach mal. Und ich muss erst mal jemanden leise machen. So. Hilfe. Hilfe. Was ist los, Reiko? Okay. Das liegt an dir. Das liegt an dir. Ich hab ein schwarzes Bild. Macht ihr denn heute, Alter? Wie, du hast ein schwarzes Bild? Ich hab ein schwarzes Bild. Äh. Ich hab ihn nicht getroffen. Ich will sehen, was ich machen soll. Was, du hast ein schwarzes Bild, du weißt nicht, was du machen sollst. Ja, hier steht No Collision. Ich sehe die, 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 die Dings vom, vom, vom Discord, der Icon. Und sonst sei schwarz. Ja. Ach so. Ja, das sieht manchmal so ein bisschen merkwürdig so, denn aus, ja. So. Jetzt, wir schauen, was ist hier. Ach, jetzt bin ich in der Werkstatt. Da? Ja, da, hier. Ja. Sebastian, der ist gerade gespawnt. Ja. Beikommt. Ach so, ich bin weg. Ich schütt dir einen Weg. Ähm. Ähm. Tschüss. Ja, ich hab euch hier völlig in der Hand. Ich kann euch hinziehen, wo ich will. Kann ich hoch. Nein, hör auf damit. Nein, hör auf damit. Aber dich, ob ich dich ziehen kann, weiß ich nicht. Äh, ich denke schon. Aber die anderen kann ich, das weiß ich. Ja, ich, das müsste, ja. Oh, weil ich gekickt, ich muss mal kurz was schreiben, so. Okay. Irgendwas ist heute hier faul. Was ist heute hier faul? Oh, ich hab da Hand drin, so war ein, sorry. Ja, ich hab da nie. Bei mir auch, ich hatte Äpfel gefahren. Irgendwas war da faul. So. Jetzt bin ich da. Oh, tschüss. Also, was ist mit dem Internet? Da wir hier spielen. Äh, du kannst nicht reden, ne? Äh, Discord-technisch. Äh, nee, kannst du nicht. Ja, warte. Rausgeflogen? Oder rausgegangen? Keine Ahnung. Sie war ja mit dem Handy drinne diesmal. Äh, Handy auch Probleme? What, wie, wo? Ah ja, warte. Äh, warte, 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 warte. Wo ist sie denn? Da ist sie. Denn aus dem Raum raus, hat Amira gesagt. Äh, warum? Ja, genau. Weiß ich nicht, war einmal weg. Äh, bist du vermutlich geflogen oder sowas? Gut. Ja. Ach so, ja. Ich weiß gar nicht. Doch, eigentlich schon. Hä? Was für ein Kennzeichen? Äh, wo ist das, äh, wo ist denn das Reiko? Sie hat doch eins dran, ne? Was muss da draufstehen? Maria? Ne, Anne-Marie. Anne-Marie. Genau, auf links Anne und auf der rechten Seite Marie. Ja. Oder Speedy. Me, me. Oder Speedy, genau. Was du hast, ne Idee? Puck weg. Ja, glaub, du weißt jetzt. Versuch jetzt, kommst du rein und heißt nicht mehr Amira, sondern Speedy. Pass mal auf. Ich. Ja. Ja, ich hab grad gesagt, ich hab ne Idee. Und dann ist sie raus. Äh, ich hab vor... Ich fäll mal kurz ab, klar. Ich hab vor... Ja, Mann. Vermutlich. Wie die Franzase. Ne, doch nicht. Sie heißt Amira. Also, ich fass mal zusammen. Ja, ja. Also, wenn sie hupt, legt sie. Und wenn sie sagten, dass sie hat ne Idee, fliegt sie aus Discord. Ja. Genau. Komm, wir hupten mal alle. Naher... Hast du schon wieder raus? Ey, also langsam. Was tust du denn? Ja, weil du gesagt hast, sie hat ne Idee. Was machst du? Nein, das ist wegen... Wegen Mikro. Ich wollte das Mikro leise machen, dann wäre ich auch dünnmordisch rausgesmissen. Warum auch immer. Warum machst du dein Mikro leise? Das können doch jeder hier selber anpassen. Das musst du doch gar nicht machen. Nein, wegen ihrer Hintergrundbräuche manchmal. Deswegen macht sie Mikro immer aus und macht das nur ein, wenn sie kurz abzahn. Ah, wenn sie das Mikro ausmacht, dass er aus der Lobby fliegt. Mach das doch gerade mal zum Testen. Er fliegt nicht raus. Na gut, ich hab andere Kopfhörer. Okay. Ja, wir hättest du mal drückgeschmissen. Wäre auch ne Möglichkeit, push du Torge. Ja, und setz sie dir da auf eine Taste und dann geht's auch. Den hat man dich auch nicht, wenn du nichts sagst. Das war push, jetzt hole ich sie wieder rein. Das war jetzt push. Und wenn sie reinkommen, ist sie Torge. Und dann ist es Torge, ja genau. Deswegen push du Torge. Ja. Komm, feier ich. Nee, komm. Ja, okay, komm, lass gut sein. Ich hole euch jetzt alle wieder da hoch. Das ist ja hier. Ja. Klingeling. Wimlim. Wim. Ding Dong. Dong Dong. Gut, das heißt so. Wie ist denn das bei einem Hin und Her hier heute? Glocke. Da ist der Christ. Christian, grüße dich. Christian Karl. Christian Karl. Habe ich gesagt. Ach so. Was? Die Glocke hat gar nichts angezeigt. Ja, keiner. Das liegt an YouTube. Das YouTube ist nicht verpflichtet zu benachrichtigen. Sie können es, aber sie stehen nicht in der Pflicht. Glaub ich auch schon mal ein bisschen kontrolliert. Ja, eben. Wie gesagt, das mit der Glocke, das ist, das kann YouTube, muss es aber nicht. So, sind alle hier und einsatzbereit. Ich will Geld verdienen. Flusim, wo bist du? Ja, ja, ich bin in Nürnberg. Ich habe jetzt nichts in der Nürnberg. Ach so, stimmt ja, wir warten ja noch. Ach so, warum hast du denn nichts gesagt? Du bist in Nürnberg. Bin in Nürnberg, genau. Okay. Die Zentrale. Die Zentrale, genau. So. Nürnberg, wo ist er? Ach, da oben. Ja, ja, ich habe keine Garage in der Nürnberg. Ja, ich werde mal am gucken. Vielleicht finden wir irgendwo eine Strecke, die an dir vorbeiführt. Wo wollt ihr denn hin? Genau, das, was ich merke, gerade am gucken. Okay. Was ich merke, gerade am gucken. Ja, fährst du durch mich durch. So. Wo wollen wir denn hin? Habt ihr eine Idee? Nö, ne? Habt ihr eine Idee? Hallo? Ich folge euch heute. Ich halte mich heute raus. Genau, wo wollt ihr denn hin? So weit weg wie möglich. So weit weg wie möglich. Also in Süden oder in Norden, halt. Richtung ist eigentlich relativ. Äh, toll, das sind Angaben. Das ist genauso gut wie Handkäs. Nach Island? Nee, gibt es hier nicht. Island? Nee, ist doch endige Gelände. Ähm. Nee, schon wieder Großbritannien. Da ist schon kein Bock drauf. Nee, England muss nicht sein. Dann nach Russland. Äh, äh. Wie hat Litauen aus? Ja, Russland und sowas, ne? Litauen. Da kann man hoch. Äh, okay. Guck schon mal am Frachtmarkt hier. Denkst du meine... Was hat sie? Strohbein. Nach Litauen hoch. Nach Litauen. Ich guck mal, ob ich da auch was sage. Ich kann die Norde nicht ausreichen. Ich kann mal gucken. Ja genau. Ja genau das. Oh. Was? Hier hatte ich auch Strohbein. Hab ich nischt. Dann aktualisierst du. Ja, ja. Du bist ja wie groß. Also ich könnte maximal Breslau. Äh, geht nicht. Ich fahre Fracht. Was liegt denn so in der Nähe? Habt ihr da irgendwie einen Ort? In der Nähe? Was ist überall... Über... Spattel oberhalb von... Von Kau... Was ist Kau nass? Mit. Äh. Breslau ist hier. Und wo wollt ihr hin? Warte mal, wo liegt in Breslau? Äh. Breslau ist in Polen. Genau. Karakotawicz. Bis rechts neben unten. Wo wollt ihr hin? Gucken mal, ob ich gerade noch Polen habe. Litauen. Litauen. So ein Schall. Ich habe es noch. Litauen. Bagger. Radlager. Äh. Wo ist denn bitte Litauen schon wieder so? Litauen. Über Polen. Ja. Litauen. Ja. Haben wir Litauen, Lettland, Estland. Äh. Äh. Pola. Hä? Hä? Ich habe nichts. Ich aktualisieren nicht noch zehnmal. Also ich kann, wie gesagt, Breslau ist für mich jetzt erst mal so das weiteste mit der Ladung. Ich gucke noch mal. Ob ich irgendwas Richtung Polen habe. Darum kann ich außerdem gar nicht hoch. Post. Posen. Schluss bei mir. Stettin. Warum hast du den jetzt hier nicht oder was? Nee, den wollte ich mir nicht holen. Der ist mir noch zu feuer. Ah ja, stimmt. Ähm. Hast du ja schon gesagt. Ja. Ja. Ich kann hier auch noch nicht fahren, weil ich tue gerade jetzt Essen. Okay, dann guckt mal nach Polen, wenn ihr euch umschaltet. Hm. Also ich hätte im Angebot für Polen Posen, Stettin, Stettin, ja, und Breslau. Okay, ich hätte noch Lublin, Krakau, Lodz, habe ich auch noch. Ich habe hier echt nur Frankreich und Italien, Alter, das ist nicht mehr normal. Ja, so sieht es bei mir gerade auch aus. Ich habe auch schon 20 mal aktualisiert, für die Superaktualisierer hier. Ja, also, ich nehme Posen. Ich nehme Posen und fahre einfach mit oder ich biege ab, was anderes habe ich auch. Wo ist denn Posen? Na, na, ich muss mal gucken. Bei Polen links. Ich hätte Warschau, das wäre noch ein bisschen weiter. Ja, naja gut, dann Warschau und dann fahre ich von Posen mit weiter hoch. Ja, okay. Dann denke ich, ist Posen vermutlich... Aber ein Schwerlasttransport, ja, mal gucken. Aber das können ja nicht alle hin, Chris hat ja gesagt, da ran war nicht hoch, ja, da wo wir hinwollten. Bis Polen kommst du nicht? Polen natürlich, aber weiter komme ich nicht. Na ja gut, dann fahren wir von Polen hoch nach, wie heißt das Ding hier oben, Schweden. Wir können auch nach Schweden fahren. Von, genau, von hier, äh, Warschau, ne, letzter Punkt, hoch nach Schweden. So, vielleicht. Ja, dann fahrt du es nach Warschau einfach so mit. Wie? Ich hab nicht mal, egal was für eine Stadt, ich hab gar nichts nach... Wenn ich dir einen Trailer holen, kurz, dann auch einen holen. Vielleicht auch nichts. Also, ich find du löscht. Okay. Gar nichts nach Polen? Nee. Ich hab schon gefühlte zehnmal aktualisiert. Kommt nicht nach Polen. Ja gut, dann, Herrgott, dann halt was anderes. Komm, das können wir auch mal an Kampen schon... Ja, da hab ich auch was, Helsingborg. Helsingborg, okay. Da hab ich was, ja. So ein schönes Sümmchen Geld. Ja. Wo ist denn Helsingborg? Helsingborg hätte ich auch. So in Schweden. Ja, Zweden. Mit dir auch einen Kraftstofftank. Ja, hätte ich auch. Den hab ich auch. Wo da eigentlich eine Nummer natürlich abgebildet ist. Helsingborg. Ach so. Helsingborg. Ah. Da fahr ich ohne meinen Trailer. Scheiß drauf. Ja, Helsingborg. Hab ich Kraftstofftanks, okay? Okay, Helsingborg hab ich nicht, aber Malmö hätte ich. Ja, nehm an. Drunter. Ja, nehm an. Ist Malmö und dann hoch nach dem Helsingborg, komm. Ist ja auch nicht so schlimm. Malmö geht unsere Route genau durch. Mal gucken. So. Wär jetzt so nicht so. Wir fahren direkt durch Malmö, so wie das aussieht. Ja, eben. Zumindest ist es vorbei. Kann man ja einen Abstecher machen. Okay. Ja, ich krieg nur Malmö noch. Ja, dann nimmst du an. Dann nehm ich das. Und wir dann Helsingborg. Jawohl. Ja. Okay. Bei welchem DLC ist Ungarn dabei? Ähm. Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Bei welchem DLC ist Ungarn? Was weiß ich sehen, ne? Äh, Going East ist das. Achso. Okay. Ähm. Wer ist denn bitte hier jetzt der Pix? TX? TX? Irgendwas. Ja. Das hat sich noch nicht aktualisiert. Das bin ich. Äh. Das bin ich? Ich ist wer? Achso, hier. Der Dark. Der Darki. Ja, ja, ja. Okay. Grüße dir. Moin. So. Ja, moin, moin. Gut. Geh mal eine Ladeung holen. Äh. Jetzt sind alle weg. Wir sind alle weg. Na, ich weiß nicht. Jetzt bin ich gerade wieder drinnen und reingekommen. Jetzt hat sich endlich mein Rechner alles wieder ausgeschossen. Ich sehe keine Sau mehr da. Hä? Wir sind doch noch da in Genf. Ja, aber ich stehe hier ganz einsam und verlassen in die Hinkrum. Ja? Ja, auf was deinem Server bist du denn? Wo seid ihr hin? Wir stehen immer noch in Genf. Ja, ihr steht da aber nicht mehr. Ghost hole gekickt. Ja, wir stehen in Europa, oder? Ja, äh, wenn du, bist du noch bei der Werkstatt? Ja. Ja, fahr da raus und links. Wir sind, äh, hier auf dem Betriebsgelände. Rausfahren und links die Straße entlang. Da muss ich hier um eine Ladeung her. Äh, wir fahren nach Schweden, glaube ich, ne? Nach, äh, Helsingborg. Ja, Helsingborg. Ja, Helsingborg. Und noch wohin? Malmö. Erst Malmö und dann Helsingborg weiter. Warte mal, da muss ich ja erst mal gucken. Ich werde mir mal Müll machen. Ich bin Krieger. Gehen. Weil, ich hab da jetzt keinen eigenen Trainer. Ja, Jolo, ich glaube, die Frage wurde beantwortet. Ähm, Going East müsste das sein. Ja, Going East ist der Fall. Äh, Ungarn. War Ungarn dabei ist. Ja, es ist Going East. Ungarn, Echen, Slowakei und Polen. So, okay. Wie weit ist das? Es sind schon ein paar Kilometer, wo wir hinwollen. Aber das ist da. Oh, mein Fehler, steht ganz da hinten? Jetzt arschen sie mich. Dann musst du den ganz vorholen. Alles liegt hier vorne, ich nur ganz da hinten.